Um 10 Uhr Ortszeit stand in Israel das Leben still. Als im ganzen Land die Sirenen heulten, hielten Autofahrer an, stiegen aus und gedachten zwei Minuten lang stehend der Opfer des Holocaust. In den Büros, in Schulen und Betrieben, überall hielten die Menschen inne. Staatspräsident Szymon Peres erinnerte in seiner Rede in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem an die Morde der SS an den Juden von Wierzniew, seinem Geburtsort im damaligen Polen. Die SS trieb die Juden am 30. August 1942 in eine Synagoge. Die Deutschen schossen jeden nieder, der sich zu retten versuchte. Der Rest erreichte die Synagoge, die aus Holz gebaut war. Ihre Türen wurden verschlossen. Alle sind mit lebendigem Leib verbrannt. Das war auch der letzte Tag des Rabbi Zvi Melzer, meinem Großvater, meinem Mentor. Er verbrannte im Feuer. Er hatte seinen Gebetsschal über den Kopf gezogen. Dies war der letzte jüdische Tag in Wierzniew. Nicht ein einziger Jude blieb am Leben. Anders als Peres widmete sich Ministerpräsident Netanyahu in seiner Rede fast ausschließlich der Bedrohung durch das Atomprogramm des Iran. Das Gedenken an den Holocaust sei mehr als nur das Abhalten von Erinnerungszeremonien. Die Erinnerung verpflichte vielmehr dazu, die Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen und damit die Grundlage für die Zukunft abzusichern, sagte Netanyahu. In diesem Sinne erklärte der Regierungschef, Iran müsse daran gehindert werden, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Davor zurückzuschrecken, die Wahrheit zu sagen, nämlich, dass es damals wie heute welche gibt, die Millionen Juden vernichten wollen, das ist eine Verharmlosung des Holocaust, eine Beleidigung der Opfer und ignoriert die Lehren. Im Iran sieht Netanyahu eine existenzielle Gefahr für Israel und er fürchtet einen zweiten Holocaust. Nach Ansicht von Shelley Yachimovic, der Vorsitzenden der Arbeitspartei, betreibt der Ministerpräsident mit seiner Rede Panikmache. Yachimovic sagte im israelischen Rundfunk, Man kann die Geschäfte mit Klugheit, Abwägung und Mäßigung führen. Man sollte aber auf keinen Fall die Bürger Israels verängstigen. Die iranische Bedrohung stellt in der Tat eine iranische Bedrohung dar und man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Aber zwischen ihr und Netanyahus Rede liegt ein weiter Weg. Tatsächlich fürchten 40 Prozent der Israelis einen zweiten Holocaust. 43 Prozent sehen die Gefahr, der Staat Israel könnte zerstört werden. Das ergab eine Umfrage der psychologischen Fakultät des israelischen Telchai College. Nach Ansicht des Psychologen Shaul Kimchi zeigen die Ergebnisse der Umfrage die starken Auswirkungen des Holocaust auf die nachfolgenden Generationen. Eine aktuelle Studie der Universität Haifa ergab, dass die Traumatisierung durch den Holocaust auch in der dritten Generation bei heute durchschnittlich 18-Jährigen nachweisbar ist. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 7. 8. Untertitelung des ZDF, 2020